Hallo und Willkommen auf meinem Kanal, Marcel Jarvis. Wir spielen heute Horror Stories. Ich würde sagen, starten wir gleich rein. Bis gleich, Leute. Ich würde sagen, wir sollten da drauf spielen, Level 1. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was wir genau machen müssen. Rein! Oh, weg! Wo müssen wir hin? Also ich habe mir die Spiele vorher nicht angeguckt. Ah, hier. Oh. Warte mal, wir müssen, wir müssen hier vermutlich entkommen, vermutlich einfach mal. Okay. Nein, 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 nein. So, nein. So. Hm. Hm. Weil ich mich manchmal stumme, dann tut es mir leid, ich bin noch leicht erkältet, aus dem Grund. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ah, es gibt keinen Geschnitt. Ah, da unten ist das ein Segel. Ist das nicht so kalt? Ich habe vielleicht eine Idee. So, Segel ab! So, jetzt kommt er zu uns. Geh weg! Weg mit dir! Nein, ich bin hier nicht drinnen. Hau ab! Einfach weiter sehen, ist am besten. So. Au! Ich glaube, dem hat das leicht wehgetan. Habe ich so die Befürchtung. Oh, der sieht so aus. So, wo muss ich das da? Mann, Mann! Wie, Mann! Was ist da unten? Das Bett! Schnell, 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 schnell! So, jetzt marschieren wir da hoch. Geht doch durch! So, mach doch schnell! Fährt sich! Wieder durch! Will nicht sterben! Hopp, 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 hopp! Äh... Oh, fuck! Hopp, 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 hopp! So. Den muss ich fallen. Och, sag doch, hör! Schnell, 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 schnell! Komm! Komm! Will nicht, dass der mich holt! Und endlich wieder ein Bär da unten! Das ist keine gute Idee! Das will ich nicht! Nein, nein! So! Hoch da! Dann haben wir noch eine Sache dann gleich! So! Ich hoffe nur, dass wir da jetzt nicht wegrennt! Nein! Ich bin jetzt komplett tot! Verdammt! Okay! Ich dachte, dass es klappt so, wie ich es wollte! Mal geht er jetzt da! So! Okay! Oh! Bönne nein! Temp, genp, 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 genp! Alles genau, neben mir! Oh, wie ist es denn? Oh! so komme ich nicht sogar mal hin und dann gehe ich jetzt so hoch dann kann ich so machen da gehe ich jetzt dann in die toilette dann geht er erst wieder so und herum jetzt bin ich rausgezappt ich habe mich rauszappt wieder rausgezappt und absichtlich geht doch geht doch schnell 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 komm 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 hier habe ich jetzt als erster mal war ich glaube ich will mich noch runter verstecken aber nie weiß ich halt nicht weil es mich halt packt so leute ist jetzt aufgefallen dass ab dem jetzigen was jetzt noch kommen würde mein mikrofon aus war weil ich wahrscheinlich gehustet habe und es dann ausgemacht und vergessen einzuschalten das war vielleicht ein bisschen blöd gebe ich zu ja war mein fehler aber deswegen wollte ich jetzt noch mal im auto noch was sagen jetzt noch was machen ich muss sagen danke fürs zuschauen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann alle da da